Musik Yo Leute, ich wollte einfach mal Danke sagen, dass ich jetzt die Teufels-Subs habe. Also 666, das ist auf jeden Fall mega krass. Ich bin echt stolz. Und ja, dann wollte ich einfach mal sagen, dass ich gerade schon an meinem 1000-Subs-Special arbeite. Und ja, okay, es dauert vielleicht noch ein paar Monate, bis ich jetzt 1000 habe, aber ja, es wird auch definitiv noch sehr lange dauern. Und ich bin auch schon irgendwie einen Monat oder so dran. Und ich kann euch nur sagen, es wird richtig brutal, okay? Also ohne Witz, ne? Ihr könnt euch echt mal drauf freuen, weil ich freue mich auch schon mega auf eure Kommentare dann. Und jo, da würde ich mal sagen, bis zum nächsten Infovideo in Anführungszeichen. Und ja, bis dann.